Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem schönen Kaukasus. Ja, gestern nach dem Stream, beziehungsweise heute nach dem Stream, ist quasi hier wieder eine große Wegräumen, Aufräumen, Düngeraktion dran. Ja, ja doch, Düngeraktion könnte man so sagen. Fällt mir gerade auf, den können wir zumachen, den brauchen wir gleich nicht mehr. Wir haben ja gestern noch den Körnermeister runtergeholt, das werden wir jetzt erstmal hier ins Lager bringen. Dazu werden wir aber auf jeden Fall erstmal den Anhänger los, den brauchen wir dafür nämlich nicht. Sprit haben wir ja auch keinen mehr am Hof, da müssen wir mal gucken, wann wir dabei kommen. Erstmal ist jetzt die Feldarbeit wichtiger. Passt das? Ah, mal lieber nochmal zurück. So. Wir schmeißen jetzt auf jeden Fall eben den Rest, den wir hier hinten noch drauf haben, schmeißen wir eben rein, dann holen wir den Drescher vom Feld. Und dann werden wir rüberfahren über Feld 12 und Feld 6. Feld 6 haben wir gestern noch grubbern lassen. Das muss aber noch gedüngt werden, ist mir aufgefallen. Also, blöd. Sag ich jetzt mal so. Wir hätten es erst düngen sollen, bevor wir es grubbern. Shit happens. Aber wir haben genug Mist. Also wir werden beide Felder jetzt nochmal Mist drauf streuen. Von daher, das passt schon. Die Futter-Mischstation dürfte hoffentlich noch am Arbeiten sein. Ja, die hat noch genug drin. Da müssen wir mal im Auge behalten, weil die müssen wir ja bei Zeiten immer wieder befüllen. Das sehe ich gerade. Oh, schön. Die Außenspiegel sind toll. Ich sehe in gar keinem Außenspiegel den Trailer. Aber es hätte gepasst. Na gut. So. Ähm, was wollten wir? Wir wollten, genau. Da müssen wir mal ganz kurz, weil da könnte ich noch hinlaufen. Ich weiß, aber... So, das wollen wir zumachen. Der ist zugeklappt. Das ist alles gut. Okay. Rundum leuchte an und dann ab auch zum Hoff. Oh, hier liegt ein... Egal, das wird gleich untergegrubbert. Nicht so dramatisch. Jetzt haben wir natürlich den Belarus gerade auf dem... Feld 6 stehen, ne? Mit dem Grubber. Den bräuchten wir für den Miststreuer. Gut, okay. Dann müssen wir da hin. Nützt nichts. Dann werden wir nämlich Feld 12 machen. Dann kann nämlich Olga Feld 12 grubbern, während wir Feld 6 mit Mist bestreuen. Also ich denke mal jetzt... Heute ist Dienstag. Ja, Dienstag, Mittwoch. Werden wir uns jetzt wohl mit Mist befassen. So, dass wir dann Donnerstag groß aussehen können. Hoffentlich zu zweit. Mal gucken. Sprich, Mais und... Ähm... Den Rest. Feld 7 ist noch ein Wachstum. Das ist noch nicht erntereif. Das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Mal schauen. So, wo lasse ich denn jetzt das Maisgebiss? Äh... Ach ja, alles klar. Nehmen wir doch zwischen den beiden Hallen hier. Dürfte eigentlich auch nicht im Weg stehen. Nö, passt. Wie gesagt, das Maisgebiss wird auch noch dann verschwinden. Der Eigentümer verkauft die Immobilie für Möbel. Okay. Äh... Er verkauft sie nicht mehr, würde ich sagen. Stimmt, das war das Angebot, was wir gekriegt haben. Äh... Für 2,8 Mille oder sowas. Portokasse, ne? So, wenn wir jetzt noch funktionierende Außenspiegel hätten, ne? Ich hoffe mal, die Drescher passen hier demnächst rein. Shit, das habe ich gar nicht ausprobiert. Ich habe Drescher bestellt. Ich hoffe mal, die passen rein. Wobei, wenn der Don passt... Mh... Können die auch passen. Ich denke mal, wir werden das dann über... Irgendwann mal so weit haben, dass wir hier... Quasi die Hallen voll mit Dreschern haben. Hoffentlich, das wäre geil. Also quasi so ein richtig... Großes Unternehmen, was das angeht. So. Einfach mal noch den Allrad an, bis wir hier runter sind. Können wir den... Gruber theoretisch gleich bei Feld 12 stehen lassen, ne? Ja, wenn wir den nicht extra auf den Hof zurückschleppen. Ja, das wäre eine Verschwendung. Wenn wir das jetzt erst zurückschleppen. Äh, bescheuert. Wie sieht die Kante hier aus? Ja, sauber gearbeitet, ne? Da kann man nichts sagen. Hopp. Ich hoffe mal, der kommt gleich hier mit dem Miststreuer rauf. Ansonsten haben wir hier ein kleines Problem. Ah, doch, das sollte er schaffen. Doch, das schafft er. So, frei. Frei. Ja, demnächst geht dann auch wieder die Erntezeit bei den Nachbarn los. Ihr seht das hier. Die Felder sind auch schon so gut wie fertig. Passt ganz gut. Wir sind mit unserer Arbeit durch. Und die Felder von den anderen sind fertig. Das ist natürlich optimal. Hab auch schon mehrere Anfragen von den Nachbarn gekriegt. Bezüglich, kannst du uns mal helfen? Hab ich gesagt, jetzt sehe ich ja. Kriegen wir alles hin, Leute. Kein Stress. So. Wo lassen wir denn das Ding mal am besten stehen? So, dass der auch vielleicht nicht unbedingt... Ja, komm her, hier. So. Hätte ich eine Warenbarke, würde ich eine Warenbarke aufstellen. Habe ich nicht. Das ist zum Beispiel eine Sache. Die wäre toll. Warenbar. Egal. Gibt es, ich weiß. Hört auf. Eui, 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 eui. Irgendwie, der läuft nicht richtig hier, ne? Ab und zu mal hat er so ein Ruckeln drin. Ganz komisch. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ah, mal gucken. Neuer Traktor. Ist in Planung. Einzelne haben andere Leute. Wir werden dann sowieso erstmal die kleinen Z-Tor austauschen. Ihr kennt das Spiel. Und zwar werden wir dann wahrscheinlich... Ja, den Hofschlepper, den ganz, ganz klein. Den MTZ brauchen wir noch. Zum Ausmisten, etc. Den Z-Tor hier, den kann man auch gut benutzen. Das ist für Feldarbeit. Ich denke mal der Kleine, da hätten wir dran glauben müssen. Mal schauen. Der Vorteil ist, oder das Schöne ist ja, es gibt immer Abnehmer hier direkt im Dorf, ne? Also wenn du mal wirklich ein Fahrzeug hast, hier was wegmüssen, da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie die Leute sagen, hier nehm ich. Oh, Tiere müssen auch bald mal wieder sauber gemacht werden, ne? Mal eben hier am Kuhstall wenden. Können wir mal gucken, wie der Kuhstall von innen aussieht. Oh ja. Oh, 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 oh. Ich denke mal Donnerstag. Ist wieder Tierversorgung dran, wenn wir hier mit den Feldern soweit durch sind. Ganz vorsichtig. Passt das? Ja. Jetzt hätten wir fast den Miststreuer in den Zaun gerammt, ne? Das wäre was geworden. Zack. Zaun kaputt. Toll, super. So, Mr. Kiro. Warten wir mal kurz, lassen wir ihn mal ausrasseln. Ne, wir wollen ihn ja nicht zu früh hier starten, bevor uns da noch irgendwas kaputt geht. Der soll uns noch ein bisschen länger gute Dienste leisten, ne? Oh, der Miststreuer. Ich glaube, ich sollte mal... Ach, ich habe ja. Ich glaube, nachdem... Nachdem wir jetzt hier zweimal... Also die beiden Felder auch noch gemacht haben. Ich glaube, dann muss der Miststreuer definitiv mal sauber gemacht werden. Ah, wir haben ja einen Hochdruckreiniger dafür, ne? Wir haben ja hier hinten quasi einen Waschplatz mehr oder weniger gebaut. Und wir sprühen die auch nur mit klarem Wasser ab. Also keine Umweltverschmutzung in dem Sinne. Bei den alten Maschinen, die ölen ja nicht oder sowas. Ja, der Misthaufen wird aber schon relativ schnell kleiner, ne? Na, wirklich genug. Lass uns mal gucken, wenn wir jetzt hier Feld 12 fertig haben. Hupala. Gleich habe ich es auf dem Dach liegen. Dann gucken wir mal, was der Bestand vom Mist sagt. Ansonsten hauen wir auf Feld 6 Gülle drauf, dann ist das auch so. Wir werden auf jeden Fall jetzt minimum noch einmal eine Zwischensaat aussehen, bevor wir dann tatsächlich auf zwei Felder wahrscheinlich dann Mais aussehen. Wenn nicht sogar drei, damit wir ordentlich CCM machen können. Das hatte ich aber eigentlich erst vor, wenn wir dann tatsächlich die neuen Drescher haben. Also ich hoffe mal, dass die diese Woche auch noch geliefert werden. Dass wir dann vielleicht irgendwie nächste Woche... Bin ich hier schon mal in den Zaun gefahren? Hm. Gut, dass die Kühe nicht in die Ecke gehen. Ähm. So, dass wir dann nächste Woche vielleicht mit den großen Maschinen Mais machen können. Beziehungsweise CCM. Und zur allerletzten Not hole ich mir die Silage da raus. Und ja, ich weiß, wir können sie in Ballen pressen. Bevor das jetzt wieder in den Kommentaren steht. Ähm. Ich werde die dann aber raushören. Ich mache mir da einen Haufen. Kann ja zur Not auch in den Haufen fahren. Ist ja auch nicht das Problem. Zur allerletzten Not. Wenn bis dahin ich die Vordammestation den ganzen Schrott aufgebraucht hatte. Was mir lieber wäre. Am 15, da gab es hier zwei Silos. Da gab es einmal das große da hinten, wo wir jetzt was reingepackt haben. Nee, das gab es gar nicht. Da gab es hier vorne ein Durchfahrsilo. Also ein Freilandsilo. So rum. Das gibt es jetzt natürlich nicht mehr. So, halbe Schaufel noch. Und dann ist das Ding hier auch voll. Dann können wir auch los. Mal ein Stück zurücksetzen hier. Komm mal her. Ja, so. Ähm. Schnappst ihr. So. Ja, wenn schon, dann soll das auch sauber sein hier. Hoppala. Hängen wir da gerade. Nee. Ein bisschen übers Ziel geschossen, ne? So. Rennen damit. Den Rest können wir in der Schaufel lassen. Wir müssen ja eh gleich nochmal wieder hierher. Können wir ruhig drinnen lassen. Ist nicht so dramatisch. Und ab dafür. Beziehungsweise fahren wir jetzt gleich erstmal den Pickup da vorne aus dem Weg. Das geht mir ein bisschen auf den Senkel, dass der da steht. Und wenn ich hier jetzt nicht wegfahre, Leute, ich sag's euch. Ich vergesse das. Irgendwann komme ich aus dem Hof geschossen und hänge voll in dem Pickup drin. Kann mir dann auch noch einen neuen Pickup kaufen. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und weiter geht's. Kleiner, kurzer Zwischenstopp. Und ab geht er. Wir hätten natürlich auch schon. Ja, nun ist zu spät. Hätten Olga da vorne schon mal aussehen können. Aussehen lassen können. Jetzt ist zu spät. So, schmießen wir hier nochmal ein Allrad dazu. Ja, dem Meister hat das gleiche Schicksal ereilt wie die Gerste letztens. Die ist auch wieder so ein Teil, der nicht richtig wachsen wollte. Beziehungsweise, dass es auf eine Stelle gewachsen ist und dann nicht mehr weiter ging. Keine Ahnung. Fahren wir mal so ein bisschen drüber hier. Huch, 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 huch. That's next. Ah, ja, haben wir genug. Mais haben wir ja genug gehabt, da habt ihr ja gesehen. Neuer Kurs, neue Arbeitsbreite hat er jetzt hier. Ja, hat er. Aus. Zack. Gas. Und gib ihm. Oh, schön, das ganze Zeug hier auch noch raus, ne? Schön. Der Vorteil ist, wenn wir hier nochmal nachtanken müssen, können wir gleich weiterfahren zu Feld 6. Also das ist eigentlich perfekt. Wenn er jetzt uns hier sagt, das reicht nicht für das Feld. Weil das wird nicht reichen. Guck mal, wir haben jetzt gleich 20%. Wir sind die erste Bahn gefahren. Das reicht nicht. Ich glaube, das hat beim letzten Mal auch schon nicht gereicht, ne? Haben wir nicht beim letzten Mal hier schon Mist drauf gefahren? Na, gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon. Ja, ich weiß. Es ist immer wieder das gleiche Spiel mit dem Vorgebinde. Ich vergesse das ganz gerne mal. Das ist echt witzig. Aber es ist ein Spiel. So, Leute. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich werde jetzt hier nochmal das Feld, also den Anhänger eben noch leer machen. Dass wir dann morgen an der Stelle weitermachen können. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal, Leute.